Das Erinnerungsfenster erscheint automatisch, wenn es Elemente mit einer fälligen Erinnerung oder Nachverfolgung gibt. Alle aktiven Erinnerungen erscheinen hier in einer Liste. Lassen Sie sich an das markierte Element nach einer gewissen Zeitspanne erneut erinnern, öffnen Sie es zur Bearbeitung oder schließen Sie die Erinnerung. Klicken Sie auf Alle schließen, wenn Sie an keines dieser Elemente mehr erinnert werden wollen. Falls Sie das Erinnerungsfenster schließen, müssen Sie Outlook nicht erneut starten, um es wieder einzublenden. Wählen Sie im Register Ansicht Erinnerungsfenster Wenn Sie an die Ereignisse für die Ereignisse haben, können Sie ein Video aus der Sicht der Ereignisse machen. In der Nähe der Ereignisse int